Das ist die Büchelhäuser zum See. Das war ein weilelanger Alpervereinshaus. Heute sind die anderen Drogen. Das war zu dem ganzen Bergparksgeschäft geführt. So würde ich sagen. Das sind die Hochfahrer und ein paar Bierdrücke. Das sind wir nun allein. Das war's. Das war's. Das ist die Hochfahrer. Das ist die Hochfahrer. Die Hochfahrer sich zum Erleben. Die Hochfahrer hinten. Der Fahrt bis zur Staube. Das ist der Arzt. Untertitelung des ZDF, 2020